Hallo an alle, Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also, heute wollen wir uns endlich mal mit dem Thema Pflegeplanung befassen. Dieses Thema wurde so oft bei mir angefragt und ich hatte ehrlich gesagt nie die Zeit, mich damit zu befassen. Es war ein Thema, das ich nicht so gerne gehabt habe in der Ausbildung. Ich hatte eine gute Note, ich habe die Klausuren gut gemacht, aber es brauchte einfach Zeit, um das alles zu erfrischen, um das Input wieder zu wiederholen und dann dieses Video herzustellen. Als allererstes, bevor ich loslege, es gibt einige Videos, die knüpfen auf dieses Thema an oder dieses Thema knüpft auf andere Videos an. Es ist egal, wie ihr es haben wollt. Auf jeden Fall alle Videos, die in irgendeiner Form an dieses Thema anknüpfen oder verbunden sind, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Also, wenn ihr Interesse habt, schaut euch diese Videos an, dann habt ihr ein komplettes Bild. Ansonsten, ich muss sagen, für dieses Video gibt es keine Quelle in der Beschreibung. Warum? Weil ich einfach eine Klausur verwendet habe, um dieses Video herzustellen, weil das war mir die sauberste Sache. Ich wusste, da waren meine Fehler korrigiert von der Dozentin und ich hatte auch eine gute Note. Von daher denke ich mal, dass das richtig gut eingepackt ist. Damit es verständlicher wird, habe ich ein Fallbeispiel konstruiert. Man kann sagen, wenn ihr in der Praxis seid, am Anfang noch als frischer Auszubildender oder als frische Pflegekraft, könnt ihr das gleiche machen. Nehmt einfach ein Blatt Papier und gestaltet den Patienten als Fallbeispiel und dann könnt ihr, denke ich mal, besser arbeiten. So, legen wir mal los. Für das Fallbeispiel habe ich die Frau Müller genommen. Frau Müller ist 71 Jahre alt und lebt in einem Pflegeheim. Neben dem Insulinpflichtigen Diabetes Mellitus bekam sie zusätzlich die Diagnose Morbus Parkinson. Frau Müller hat durch die typischen Symptome der Erkrankung einige Einschränkungen, die zu einer verminderten Lebensqualität führen. Sie erklärt, es fängt schon mit den Hörgeräten an. Diese kann sie nicht selbstständig einsetzen und rausnehmen, da es mit der Fingerfertigkeit nicht mehr so funktioniert. Ohne die Hörgeräte, erzählt sie weiter, höre ich sehr schlecht. Beim Gehen zeigt sich ein unsicheres Gangbild durch die Anlaufschwierigkeiten und den vorgebeugten Oberkörper. Ich kann mein Gleichgewicht nicht halten und kann so meinen Unterkörper nicht an- und auskleiden, erzählt sie weiter. Durch den ausgeprägten Tremor, also das Zittern, kann Frau Müller die Insulineinheiten nicht richtig einstellen, geschweige sich, dass Insulin mit dem Pen verabreichen. So, das Fallbeispiel haben wir jetzt konstruiert. Unsere erste Aufgabe ist es, die Probleme und die dazu passenden Ressourcen auswendig zu machen. Der zweite Schritt ist dann, die ganze Sache nach den ABDLs langsam abzuarbeiten. Als allererstes habe ich das ABDL kommunizieren genommen. Das Problem der Patientin ist, die Patientin kann Gesagtes nicht verstehen und umsetzen, weil sie die Hörgeräte nicht einschalten oder einsetzen kann. Die Ressource, der Patient hat eigene Hörgeräte und akzeptiert die Hilfe der Pflegekraft. Was ist hier die Ursache? Die Ursache ist, die gestörte Feinmotorik verursacht durch Morbus Parkinson. Also die Ursache ist nicht die Krankheit, nicht der Morbus Parkinson, sondern das Symptom, also die Auswirkung des Morbus Parkinson auf die Patientin. Also das gestörte Fingergefühl ist die Ursache. Das Pflegeziel ist, Patient hat jeden Morgen die Hörgeräte an und Patient versteht Gesagtes. Die Maßnahme ist, die Pflegekraft schaltet und setzt die Hörgeräte dem Patienten ein, in seinem Zimmer, vor der Morgenpflege und bei Bedarf. Das ist hier sehr wichtig zu formulieren, was macht die Pflegekraft, wo wird es gemacht und wann wird es gemacht, mit was wird es gemacht. Also wie gesagt, die Erklärung findet ihr in den Videos, die in der Beschreibung verlinkt sind. Machen wir weiter mit dem ABDL sich bewegen. Also das Problem des Patienten ist, Patient ist stark sturzgefährdet. Die Ursache, unsicheres Gangbild, verursacht durch den Morbus Parkinson. Die Ressource, Patient kann gehen, Patient ist nicht kognitiv eingeschränkt, Patient kann Gesagtes verstehen und sich äußern. Das Pflegeziel, Sturzgefahr ist minimiert. Warum nur minimiert? Warum nicht komplett beseitigt? Warum der Patient ist nicht mehr sturzgefährdet? Weil wir nicht ausschließen können, dass der Patient nicht stürzt. Also es gibt absolut keine Chance, dass wir 24 Stunden präsent sind, um den Patienten vor dem Sturz zu beschützen. Deswegen, die Sturzgefahr ist minimiert. Die Maßnahme, die Pflegekraft unterstützt den Patienten beim Gehen, morgens, mittags, abends, zum Esszimmer, zum Wohnzimmer, zum Schlafzimmer, zur Toilette, egal und bei Bedarf. Die weitere Maßnahme ist, die Pflegekraft berät den Patienten alle 6 Monate über die möglichen Hilfsmittel und deren Nutzung. Wir kommen zum ABDL, sich kleiden. Das Problem, Patient kann seinen Unterkörper nicht an- und auskleiden. Ursache, Gleichgewissstörung aufgrund von Morbus Parkinson. Ressource, Patient kann sich festhalten und Patient kann Gesagtes umsetzen. Das Pflegeziel, Patient ist nach Wunsch gekleidet. Die Maßnahme, Pflegekraft unterstützt den Patienten morgens beim Ankleiden des Unterkörpers und abends beim Auskleiden des Unterkörpers oder bei Bedarf in seinem Zimmer oder auf der Toilette. Zuletzt habe ich noch die Vitalwerte. Das Problem, Patient kann die Insulineinheiten nicht einstellen und kann sich das Insulin nicht verabreichen. Die Ursache, Störungen der Feinmotorik aufgrund von Morbus Parkinson. Ressourcen, Patient hat das Insulinpen und das verordnete Insulin. Ist kognitiv nicht eingeschränkt, kann sich äußern. Das Pflegeziel, Insulin ist verabreicht nach ärztlicher Verordnung. Die Maßnahme, Pflegekraft verabreicht das Insulin nach ärztlicher Verordnung mit Patient eigenem Insulinpen. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video wird nutzbar für euch sein. Bitte, bitte, bitte verknüpft es mit den anderen Videos, die in der Beschreibung verlinkt sind, damit ihr ein komplettes Bild bekommt, weil nur dann könnt ihr verstehen, warum die Ziele immer in der Ist-Form geschrieben werden, warum das alles kurz, knapp, präzise geschrieben wird, warum sind die Ressourcen wichtig und warum soll man die in die Pflege mit einbeziehen? Und so weiter und so weiter. Und ich hoffe, wenn ihr das verbindet, bekommt ihr so ein gesamtes Bild. Und ich denke, es ist besser, wenn ihr euch drei Videos separat anschaut, als wenn ihr ein ganzes Video von 20 oder 25 Minuten habt. Dann langweilt ihr euch zu Tode und dann hat keiner was davon. So, wenn euch das Video gefällt, Like-Button drücken, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Ansonsten, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video auf dem Play-Knal. Ciao.